Während die Frankfurter Innenstadt noch leise vor sich hin schlummert, gibt es einen Ort, an dem das Leben immer pulsiert. Im Agaplesion Markus Krankenhaus bedeuten die Morgenstunden Schichtwechsel. Und damit dabei auch Eltern flexibel bleiben, gibt es auf dem Gelände sogar einen eigenen Kindergarten. In unseren Teams kennen und schätzen wir uns. Und das schon oft seit vielen Jahren. Und auch in unserem Hauptanliegen ziehen wir alle an einem Strang. Medizinische Exzellenz mit menschlicher Zuwendung zu verbinden. Dabei unternehmen wir alles, was Menschen auf dem Weg in die Gesundheit hilft. Wir arbeiten eng vernetzt mit den Ärzten und in interdisziplinären Teams. Wir sind rund um die Uhr für unsere Patienten da und kein Tag ist wie der andere. Mit Liebe zum Leben, rund 700 Betten und einem breit gefächerten Leistungsspektrum bieten wir unseren Patientinnen und Patienten die allerbeste Versorgung. Und das bedeutet auch für dich unzählige Möglichkeiten, dich so einzubringen, wie du es am liebsten magst. Jeder von uns genießt hier Vertrauen und Wertschätzung. Denn obwohl wir zu den führenden Einrichtungen im Rhein-Main-Gebiet zählen, ist die Atmosphäre familiär und die Wege sind kurz. Und unter den besten Bedingungen, mit hochwertiger und modernster Technik wie dem innovativen OP-Roboter DaVinci, macht die Arbeit gleich doppelt und dreifach Spaß. Apropos Spaß. Viele Kolleginnen und Kollegen berichten, dass sie solch eine offene und starke Teamkultur wie bei uns bisher nirgendwo anders kennengelernt haben. Permanenter Austausch sowie ständige Fort- und Weiterbildungen stehen bei uns an der Tagesordnung. Und auch nach der Arbeit unternehmen wir oft noch etwas gemeinsam. Zum Beispiel in den vielen grünen Parks in der Umgebung. Die Pflege im Agaplesion Markus Krankenhaus hat viele Gesichter. Deines fehlt uns noch.